Hallo und herzlich willkommen hier in Stratis Werkstatt. Ich habe bei dem schönen Wetter heute meine Schnitzmesser ausgepackt und wollte euch zeigen, wie ich aus meinen Gartenabfallhölzern solche Spirits hier schnitze. Alles weitere seht ihr gleich. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ja ihr Lieben, das war es schon wieder hier mit dem Schnitzen von einem Waldgeist. Also ich finde das Ergebnis eigentlich ganz ganz gut. Ist ansehbar. Da ist nochmal ein anderer, den ich auch mit den Schnitzmessern gemacht habe. Ja ihr seht, es geht schnell und es macht Spaß. Vielleicht habe ich euch angeregt auch mal die Schnitzmesser in die Hand zu nehmen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, vergesst nicht den Daumen nach oben mir zu geben oder abonniert den Kanal. Es würde mich freuen, wenn ich euch das nächste Mal hier in meiner Werkstatt wieder begrüßen kann. Ciao!